Man hat es richtig gelebt, wenn man auf einem Zug durch Nordkorea gefahren ist. Der Wind ist so kalt, dass er einem Eisbälders Fell abfrieren würde. Ich habe die russische Grenze erreicht und der Zug fährt immer weiter. Übernehmen die Sowjets jetzt die Raketen? Wer kann das wissen? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Oh Gott, ey. Hallihallo Leute, das Spiel ist so schlecht. So unglaublich schlecht, ey. Ich kann mich vor Lachen nicht mehr halten. Guck mal her. Der andere bekommt natürlich nichts mit, weil er gerade weggeht. Das Spiel passt doch voll zur Weihnachtszeit. Jingle Bells, Jingle Bells, Messer überall. Du kriegst ein, du kriegst ein, Maseko, macht alle Platz. Yay. Wir haben dich tatsächlich das Spiel nicht gehabt. Was willst du denn? Messer Move? Oh, es war kein Messer Move. Dankweilig. Oh, Maseko. Bist du zurück? Besser weit, bis ich es wahre. Ist das komisch, ey. Wenn man die ganze Zeit ein... SSR, ich liebe die Beatles, hatte aber gehofft, das Land nie wiederzusehen. Warte, Schwob. Na, wenn man jetzt sowas gespielt hat wie Borderlands... Stirb schon, du Dreckskerl. Ja, lass mich doch mal reden, Maseko. Mann, 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 Mann. Na, spielt zwar in etwas guten Ego-Shooter, so wie Borderlands 2 oder so. Und jetzt sieht das Spiel... Oh Gott, ey. Was haben die sich dabei nur gedacht? Was haben die sich dabei nur gedacht? Absolut, nicht so schlecht. Warum hat Bethesda das Spiel gepublished? Du musst nicht auf das Spiel gewesen mal angeguckt haben und gesagt haben... Oh, das Spiel ist gut. Das unterstützen wir. Das sieht gut aus. Das ist auch ein guter Ego-Shooter. Ego-Shooter haben wir aber keine Ahnung. Also von Baller-Ego-Shooter. Aber von First-Person Ego-Schwerter-Shooter... Keine Ahnung, wie nennt man die Gene? Die Gene, die... Da, wo das reingehört. Ja... Da´s was? Wo ist das denn? Iho-Shooter ja auch. So kann man auch sagen. Oh' das ist ja auch desp Trail-UP. Du glaub driveway geht hier nicht. Ich glaube das geht hier nicht, ne? Da hast du es, du verdammter Bescheierter Volldrattel. Do tel 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 LS replen Belg... Wie schlecht wäre, dass sich den Borderlands auch einfach so stumpf durchmessern könnten. Einfach so! Und der würde der Zwischendurch durch Sprüche bringen... Wie... oder so wie schnell schaffe ich die messe von präsident reagan genau präsentieren naja spielt auch nach zehn mal gucken wie schnell ich das level hier durchschaffe die letzten habe ich auch immer aus acht minuten gebraucht wo kommt schneller wo ist man sie kochen jan musieren der abseilung als schrott hier wo geht es links ach so lausige technik typisch kommunisten soll jetzt wieder jörgler kompromiss und ich habe mich auch überlebt wie schlecht dieses spiel multiplay sich auf das haben sie den multiplären so rangen weil weil sie mussten oder irgendwie so woanders spiel auch noch ein multiplayer da machen wir ein ja da machen wir mal ein multiplayer und der ist genauso stumm wie das hier mit sprüchen die stumm sind und erfolgen die stumm sind und diesen ollen messer moves die man auch hier im multiplayer machen kann und wie sagt dann stehen die reihe du machst den beruf warte die ganze zeit bis bist du fertig bist weil in der zeit kannst du dich ja nicht bewegen und nichts machen und andere macht dann auch der messer move bei dir und immer so weiter immer so weiter richtig schlupf ey hoher unabhängigkeitstag ihr säcke hoher unabhängigkeitsag nur das ist doch eine musik ich würde sagen war es die map schon und ich habe nicht gelacht ich mache meine messer moves weiter mit der roten schwarriermusik ich habe sie jetzt so schlecht ja Ich hab die Waffe gebrauchen Moin? Muss ich doch mal meine Waffe gebrauchen? Schweine? Die werden meine Waffe nicht gebrauchen? Sonst denken die Leute hier noch was für ein Niveau-Shooter Oh, kein Granatenspult. Traurig. Das hat er immer ran ans Spiel gebracht. Hier ist er gesagt geliefert. Hier, muss man da dran nehmen. Ja, ja, ja. Stuck, stuck. Ja, und wieder Messern. Der braucht schon Pistolen. Ich dachte, das heißt immer Aufzug im Randfall nicht benutzen. Hey, boys. Rutschhorier. Hier gelten keine Gesetze. Rutschhorier. Ah, nehmen sie wieder weg. Ich nehme euch aus wie ein Fisch. Ich nehme euch aus wie ein Fisch. Gluck, 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 gluck. Was? Hm, hm. Ich hab Angst. Oh, diese schlaue Fäge hier. Spießbraten. Stumpf. Manchmal kippt man sofort um und abends zu mal. Passt darauf, wo ihr hinschießt. Alles dumm. Ach, hier. Hier kann man wieder Lutschmaladrad machen. Dummy. Oh, ihr seid so dumm. Siehst du das Aures. Ja, fehlen noch Sprüche? Nein? Musst du alle Sprüche rausfiltern? Eine Sprüche-Competition, äh. Kompe... Kompligilation. Muss komplett sein. Ja, Sprüche. Rutschhorier-Sprüche. Ne, verdammt. Granata. Mann, dass er keine Granatansprüche bringt. Ja, krass. Riesenabietig schon aufgenommen, die Granatansprüche. Warte, du Dreckskerl. Hier, Feuerhaus. Rutschhorier, Rutschhorier. Komm her, Messer-Rutschhorier. Man weiß jedes Mal, wenn man die anfängt zu messern, stehen die da, als kommen die einen selbst nicht mit, ey. Das ist sch... Ah. Neun, sechs Minuten. Verdammter Mistkerl. Wiederholen Sie, Machsico. Es sieht böse aus, Admiral. Das Raketenprogramm ist nicht koreanisch, sondern sowjetisch. Verdammt. Die haben es bei ihren Nachbarn versteckt, damit wir es nicht finden. Sieht ganz so. Moment, ich krieg Besuch. Hubei! Ich weiß jetzt, wo die Raketen hinkommen. Ich werde ihnen folgen. Negativ. Wenn Sie auffliegen, wird der kalte Krieg viel heißer. Die Hitze spüre ich hier schon. Ich mein's ernst, Dick. Brechen Sie die Mission ab. Sonst mach ich Sie wegen Befehlsverweigerung fertig. Wiederholen Sie, Boss. Der Empfang ist gestört. Es geht sogar noch weiter. Uh, dann kommt es gestört. Er weiß nicht, als wenn die dich entdecken. Als wenn die mich entdeckt hätten. Und hier decken die nicht, ne? Wenn ich hier alle Todmesser... Messer, Messer, Messer. Also jetzt kriegen Sie ein Messer. Wie du? Kriegst dein Messer? Ja, ihr kriegt auch euer Messer. Deine Granate. Habums! Ihr seid so dumm. Ultra dumm. Nein, Mann, Mann. Das Level ist länger, als ich dir gedacht hab. Hm, was wollt ihr denn hier? Schon mal. Äh. Was muss denn? Was? 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 Das sah so Stopp aus. Ah, Gott ey. Dieses Spiel, ey. Oh Gott, ey. Na toll, jetzt haben wir den Scheiß abermachen. Oh Gott, ey. Sieht das gerade scheiße aus, ey. Ultra-Scheiße. Naja, ich hab mich auch. So dumm, ey. Oh, das muss ich dir nicht lustig umgefallen. Oh, keine Granaten mehr. Oh, ich glaube, ich muss zur besseren Wache wechseln. Keine Pistole mehr. Moin. Ja, ich hab meine Pistole, weil nur mit unrunden Munitionen. Ah, ich bin nicht wie Tom wieder. Lust, dass das Spiel schlecht ist. Also das Spiel hier nicht, Tom wieder. Zum Teufel mit euch. Tom, ey. Zum Teufel mit euch. Peyton macht sich ins Hemd wegen Befehlsverweigerung und droht mir mit dem Kriegsgericht. Mann, was der denkt, ist mir völlig schnurz. Ich werde nicht für Methoden, sondern für Resultate bezahlt. Ich bin den Raketen bis zu ihrem Stützpunkt in Russland gefolgt. Jetzt muss ich herausfinden, was die Idioten da aushacken und dann dem Quatsch ein Ende setzen. Ja, jetzt hießt ihr wieder, was es in der nächsten Geschichte geht. Wieder actiongeladener Spiel hier. Da haben wir richtig Bock drauf, ne? Na, Leute, dann bis zur nächsten Mission. 4 oder 5 sind noch verbleibend also nicht viele und ihr seht ja wie lange die gehen also bin ich in 0, nichts damit durch könnte zwar auch das alles in einem einzigen Part machen der eine Stunde geht aber das lasse ich mal so weil das Spiel so unglaublich schlecht ist und ich meine Rutsch-Warrior-Batterien wieder aufladen muss wie lebt man die auf? mit schlechten Rutsch-Warrior-Sprüchen na gut Leute lebt wohl bis zur nächsten Episode bis zum nächsten Mal